Da haben wir es also endlich. Das nächste große Update für Gran Turismo 7 ist ganz frisch erschienen und über dieses Update möchte ich hier ein bisschen sprechen, denn was zum Teufel ist das für ein unglaublich bescheidenes Update bitte? Servus Leute und schön, dass ihr reingeklickt habt in ein weiteres Gran Turismo 7 Video. Ich habe vor wenigen Tagen darüber berichtet, dass es in dieser Woche noch ein neues Update geben soll. Das Update war ein knappes, knappen Gigabyte groß und hat mir ehrlich gesagt viel Hoffnung gemacht, dass das ein geiles Update ist und dann habe ich mir, bevor ich es denn gestartet habe, mal eben die Notes angeguckt, die auf der offiziellen Gran Turismo Seite sind, um zu schauen, was wurde denn angegangen und was soll ich sagen? Ich habe es im Intro schon angeteasert. Ich bin zutiefst unterwältigt, ja, um nicht zu sagen enttäuscht, um nicht sogar zu sagen förmlich ein wenig erbost. Mir fehlen die Worte, ihr merkt schon, ja, und das kommt ja wirklich selten vor. Eins nach dem anderen, ich muss zuerst natürlich sagen, per se erstmal sehr cool, dass neue Autos hinzugefügt wurden, dass vom Grundsatz her finde ich das richtig gut, Und dass man dann auch versucht hat, neue Aufgaben für das GT Café reinzubringen, finde ich erstmal auch sehr gut, denn das wurde ja höchste Zeit, weil das ist so ein Menüpunkt, der eigentlich tot ist, seitdem man das Spiel irgendwie ein paar Wochen im Besitz hatte. Jetzt wurden endlich neue, ähm, Café-Aufgaben oder drei Menübücher halt hinzugefügt, also die Nummer 40, 41, 42. Soweit so cool, aber das ist alles, ja, wie ich gesagt habe, unterwältigend. Und ich sage euch jetzt auch warum. Erstens, die Menübücher funktionieren für mich bisher nicht. Ich habe jetzt nur kurz reingeschnuppert, ich hatte einfach noch zu wenig Zeit, natürlich. Ich wollte es einmal für euch testen. Ähm, ich habe vor allen Dingen einmal ein Rennen gemacht mit den, ähm, Gruppe 1 Fahrzeugen, also mit diesem Menübuch, wo es eben darum geht, drei Rennen zu bekommen, wo man eben mit den Gruppe 1 Fahrzeugen fährt. Und ich habe gedacht, okay, man fährt wirklich mit Gruppe 1 Fahrzeugen ausschließlich. Nein, man darf auch diese GT Vision Fahrzeuge nehmen. Und da fängt das dann schon für mich an. Diese GT Vision Fahrzeuge gehören grundsätzlich meiner Meinung nach nicht ins Spiel. Die haben da einfach keinen Mehrwert. Das sind fiktionale Autos. Und dementsprechend finde ich Events, die das auch noch fördern, irgendwie lächerlich. Und wenn du dann sagst, wir haben eine Gruppe 1, äh, eine kleine Gruppe 1 Meisterschaft quasi, dann ist das ja soweit noch okay. Aber mehr als die Hälfte der Fahrzeuge, glaube ich, besteht aus diesen GT Vision Fahrzeugen, die dann da fahren. Und das macht einfach keinen Spaß. Ich habe, ähm, die zehn Runden auf Daytona, äh, bin ich gefahren. Und ja, ich bin auf Daytona nicht der beste Fahrer. Ich habe mir echt schwer getan, weil ich bin auch mit den Gruppe 1 Fahrzeugen wirklich noch nicht so gut. Also das gebe ich zu. Mit Sicherheit geht es besser, wenn man da ein bisschen übt. Aber zum Teufel, man muss zehn Runden fahren. Eine Runde dauert locker anderthalb Minuten, ähm, oder grob anderthalb Minuten, sagen wir mal ganz vorsichtig. Das heißt, du bist schon ungefähr 15 Minuten beschäftigt und kriegst dann halt auch wieder eine relativ geringe Belohnung. Ich finde, die Fahrzeuge sind verhältnismäßig schwer zu fahren, also weil die lassen sich zwar ganz gut in die Kurven bringen, aber einfach wegen des hohen Tempos sind sie verdammt anspruchsvoll. Gerade wenn du eben nicht mit Lenkrad spielst, sondern mit deinem Controller spielen musst, ist das Ganze wirklich eine echt schwere Aufgabe. Und die KI fährt da wieder verdammt gut, meiner Meinung nach zumindest. Und ja, wie gesagt, ich bin auf Daytona bestimmt nicht der beste Fahrer, aber ich behaupte einfach mal, dass ich gut genug bin, um einigermaßen konkurrenzfähig zu sein. Und was bin ich dann da, glaube ich, geworden? 14. oder sowas? Oder 12. Also, ich muss sagen, wenn es da wenigstens eine Million als Belohnung gäbe für den ersten Platz, dann könnte ich das verstehen, weil dann gibt es für Platz 12 vielleicht noch 100.000. Und dann, ja, weil das ist halt super anspruchsvoll, ist okay. Aber ich finde das, also vom ersten Eindruck her ist, hier geht es leider genauso weiter, wie es zuletzt bei den Missionen in der Human Comedy gewesen ist. Die KI ist einfach super unausgegoren. Also, ich weiß nicht, was die jetzt einen Monat lang getrieben haben, um das Ganze wieder so unausgeglichen zu machen. Das ist nur der erste Eindruck, aber vom ersten Eindruck her muss ich sagen, allein diese drei Rennen, auf die habe ich schon gar keinen Bock. Ja, ich bin eh kein Fan von diesen LMP-Fahrzeugen, ja, Gruppe 1 und Gruppe 2 in dem Fall. Diese Prototypen, das ist überhaupt nicht mein Ding. Ist natürlich Geschmackssache. Es gibt ja genug Leute von euch, die das sehr gerne wollen, dass man da mehr Rennen hat, finde ich, vom Prinzip her auch in Ordnung. Aber dann fügt man da drei Rennen ein, das ist halt so ein Tropfen auf einen heißen Stein einfach, ja. Und dann gibt es noch ein zweites Menübuch, da fährt man wieder diese K-Cars, die es bisher nur einmal in der Human Comedy auch gegeben hat. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf, weil die sich einfach furchtbar fahren, finde ich. Und dann habe ich mal reingeguckt, es gibt irgendwie Belohnungen in Höhe von 30.000 Credits dafür, ja. Man fährt dann natürlich nicht so viele Runden, aber trotzdem, für 30.000 Credits, warum tut ihr mir das an? Also, wenn du soweit bist, dann willst du mit den Rennen 100.000 oder 200.000 verdienen und nicht 30.000. Oder wenn du fehlerfrei fährst, sind es dann vielleicht 45.000. Das ist albern, das gehört doch jetzt nicht mehr in Gran Turismo. Das hättet ihr von Anfang an einbauen können, dann wäre es okay, aber doch nicht jetzt. Monate nach Release. Und dann kommen wir eben auch zu diesen neuen Fahrzeugen, die integriert wurden. Das einzige Fahrzeug, was mir hierbei aber wirklich gefällt, muss ich sagen, weil das ist ganz cool. Das habe ich auch direkt getestet, weil es halt auch bezahlbar war für mich. Das ist eben dieses Muscle Car. Der geht richtig gut ab, muss ich sagen. Ich habe jetzt sogar vergessen, wie der heißt gerade, aber ich blende euch das im Hintergrund ein. Ich finde, der sieht eigentlich ganz geil aus und der fährt sich auch ganz okay. Ich bin damit auf Laguna Seca mal so ein Testrennen gefahren. War eigentlich ganz spaßig, muss ich sagen. Aber jetzt gibt es dafür auch irgendwie keine speziellen Events oder so. Die haben sich eher dann forciert auf dieses Gruppe 1 Fahrzeug, was neu hinzugefügt wurde. Dieser Toyota ist auch ganz okay. Der Wagen kostet nur verdammt viel Geld. Und dann haben sie als drittes Fahrzeug eben keine neue Corvette hinzugefügt, sondern ein GT Vision Auto von Suzuki. Und da muss ich sagen, das könnt ihr behalten. Also da wiederhole ich mich gerne. Schön, dass ihr drei Fahrzeuge hinzugefügt habt. Aber was für welche? Also das sind, wie gesagt, für mich persönlich vielleicht noch eben dieses Muscle Car, dieses professionell getunte. Aber das ist eine Auswahl, ne? Also da gäbe es so viel bessere Autos, die man hinzufügen kann. Dann lasst ihr euch schon so viel Zeit. Ich weiß, das ist vielleicht nicht mal eben so gemacht, weil das kostet wahrscheinlich wirklich viel Arbeit, die in diesem Detailgrad ins Spiel hinzuzufügen. Ey, aber dann spart euch die Mühe, irgendwelche GT Vision Fahrzeuge einzubauen. Die will keine Sau haben. Aber alles halb so wild, würdet ihr vielleicht sagen, weil das Update besteht ja nicht nur aus den paar neuen Events und den drei neuen Autos. Das ist korrekt. Das Update gibt viel mehr her, theoretisch. Und dann auch wieder nicht. Denn de facto muss ich sagen, es ist quasi nichts mit diesem Update verbessert worden, wonach wir alle eigentlich lechzen. Also nach den klassischen, man will ja die klassischen Sachen jetzt haben, die endlich mal verbessert werden müssen. Zum Beispiel Autos sollten verkauft werden. Habe ich auch eine große Hoffnung gehabt? Habe ich auch gesagt, dass das mit diesem Update passiert? Nein, Pustekuchen. Immer noch kein Autoverkauf möglich. Oder, dass jetzt zum Beispiel die Lobbys verändert wurden, dass man dort irgendwelche Einstellungen besser verändern kann und anpassen kann, dass die Lobbys generell besser funktionieren. Nein, Pustekuchen. Auch das ist nicht passiert. Naja, vielleicht hat man dann ein bisschen was an der Menüführung gebessert. Ja, ein kleines bisschen hat man das tatsächlich getan. Denn zum Beispiel kann man jetzt endlich, wow, das hat ja lange genug gedauert, wenn man auf GT Auto geht, kommt man ja erstmal noch in die Auswahl, welchen der drei Punkte will man haben. Und vorher war das so, wenn man dann da drin war und wieder mit Kreis zurückgegangen ist, landete man auf dem Hauptbildschirm, was ja total lächerlich war, weil dazwischen gab es ja noch einen Zwischenschritt. Und jetzt kommt man tatsächlich in diese Zwischenstufe. Wow, super, ihr habt drei Monate oder so gebraucht, um dieses Feature hinzuzufügen. Glückwunsch. Was ich ganz cool finde ist, es gibt im Sportmodus nun endlich diese Time Trials, also wirklich so ein Wettbewerb. Der läuft jetzt über mehrere Tage. Das wird jetzt aufgebaut auf Suzuka, finde ich eine geile Strecke, habe ich einmal testweise eine Runde mal gemacht, so auf schnell einfach mal. Und da geht es dann darum, mit einem Gruppe-3-Fahrzeug eben eine bestmögliche Rundenzeit aufzustellen. Und das kann man jetzt über viele Tage immer wieder wiederholen und am Ende gibt es irgendwann einen Sieger. Das ist eigentlich eine nette Idee, weil am Ende gibt es dafür wohl irgendeine Belohnung. Ich weiß jetzt nicht, ich hoffe nicht, dass nur der Sieger irgendeine kriegt. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass das plätzemäßig irgendwie gemacht wird. Ich gehe davon aus, dass es da irgendeine Belohnung gibt. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das am Ende abläuft. Ich denke mal, die werden das irgendwie staffeln. Das ist zumindest meine Theorie. Weiß ich aber noch nicht, wie das genau abläuft. Das werden wir dann in ein paar Tagen irgendwann sehen. Wie gesagt, die Idee ist ganz nett, aber das haut mich jetzt auch nicht vom Hocker. Das ist jetzt nichts Bahnbrechendes, was jetzt irgendwie den Modus grundlegend verändert und verbessert. Was auch das Spiel irgendwie grundlegend verbessert. Also keinesfalls. Und ich muss sagen, die sonstigen Sachen, die so verbessert werden, die könnt ihr alle selber mal nachlesen, wenn ihr Bock habt. Ich verlinke das mal in die Beschreibung rein, zu der offiziellen Seite. Weil ich muss sagen, ich wüsste sie jetzt auch aus dem Kopf alle nicht mehr. Nicht, weil es so viele waren, die alle so bahnbrechend waren. Es gab viele Kleinigkeiten, vor allen Dingen eher. Aber die sind so irrelevant gewesen für den 0815 Zocker, dass mir das auch ehrlich gesagt fast egal ist, alle Sachen zu adressieren. Mir war es jetzt wirklich wichtiger, mal meine Meinung zu sagen. Und ich bin das erste Mal so richtig derbe enttäuscht von Polyphony Digital, weil sie sich wirklich auch lange Zeit gelassen haben. Es war jetzt locker ein Monat. Und dann so ein Update rauszuhauen, ich muss sagen, das enttäuscht mich sehr. Und abschließend würde ich, wie immer, gerne mal wissen wollen, wie steht ihr dazu? Was sagt ihr zu diesem Update? Wie steht ihr dazu? Wie empfindet ihr die Veränderung? Sind da gute Sachen dabei? Oder seid ihr einfach nur enttäuscht, so wie ich? Und sagt, hier hätte man so viel mehr machen können. Und stattdessen hat man sich auf so einen Blödsinn konzentriert. Also sagt mir gerne mal eure Meinung. Ich freue mich, von euch zu hören. Und dann hoffe ich, dass wir uns trotzdem bald bei einem der nächsten Videos auch gerne wieder zu Gran Turismo wiedersehen. Macht's gut.